Phoenix Nachgefragt heute mit Cordula Tutt von der Wirtschaftswoche. Guten Tag in die Hauptstadt. Hallo, grüße Sie. Also alles redet über das Klimakabinett. Morgen kommen die Vorschläge endlich auf den Tisch. Heute findet ja nochmal eine Nachtsitzung vermutlich statt. Frau Tutt, was würden Sie sagen, welches sind die wichtigsten Maßnahmen, die da auf dem Tisch liegen? Ja, wenn man tatsächlich richtig reinhört im Kanzleramt, dann kann man vermuten, dass manche Dinge noch gar nicht zurechtgezurrt sind. Und zwar leider nicht nur Einzelheiten, sondern beide Seiten, Union und SPD, rangeln noch darum, wie sie künftig ein Preisschild auf CO2 machen. Und daran hängt leider noch einiges andere, was erst danach sicher sein kann. Also die Nachtschicht wird noch interessant und die frühen Morgenstunden dann auch. Vielleicht schauen wir uns die Positionen der beiden, man muss ja eigentlich genauer gesagt drei Fraktionen, Parteien mal an. Fangen wir mit den Sozialdemokraten an. Mit welchen Grundpositionen gehen die in diese Gespräche? Die sind auch nicht ganz einheitlich. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Umweltministerin und der Finanzminister da die treibenden und entscheidenden Kräfte sind. Es wird einen Preisschild geben auf CO2. Das heißt also alles, was Brennstoff ist, Sprit, Öl, Gas, Kohle, das kriegt jetzt ein Preisschild. Jetzt die SPD will, dass es eben eine Steuer gibt, dass man sagt, das soll jetzt in dem Jahr so und so viel kosten. Für jede Tonne Kohlendioxid-Treibhausgas, die ausgestoßen wird, kostet es so viel und es steigt dann an. Und das soll natürlich auch, weil es Sozialdemokraten sind, viel sozialer Ausgleich geben, weil das natürlich die Leute unterschiedlich trifft und die Leute auch unterschiedlich gut reagieren können. Und auf der anderen Seite die Union, welche grundsätzlichen Vorstellungen hat die? Ja, also die hat man lange zum Jagen tragen müssen, aber es scheint inzwischen angekommen zu sein. Die Kanzlerin hat ja gesagt, Schluss mit Pille-Palle und auch, dass man jetzt, wenn man nichts tut, es noch teurer werden lässt. Das stimmt alles. Die Union sagt jetzt, wir wollen Marktwirtschaft. Also die sagen, wir wollen festlegen, dass man künftig nur noch so viel Treibhausgas, auch in Tonnen gemessen, im Jahr in die Luft pulvern darf. Und dafür verkaufen wir Zertifikate. Also jede Tonne kriegt dann sozusagen einen Preis. Aber erst, wenn die Leute nachfragen, also wenn sozusagen eine Raffinerie sagt, wir wollen jetzt so und so viel Treibstoff herstellen. Und dann ist der Preis eben noch offen. Und wenn viel nachgefragt wird, wird der Preis halt sehr teuer. Und das wird dann auch bei den Kunden landen. Das ist ein bisschen ein anderes Prinzip. Das wird so nicht durchkommen. Und die Industrie legt vielleicht auch ein bisschen mehr Wert darauf, dass die Industrie, dass die deutschen Unternehmen gepäppelt werden und vielleicht Innovationen herausbringen, die dann, das war bei der Energiewende schon mal so, eben künftig auch in die Welt exportiert werden können. Ja, man darf ja nicht vergessen, es geht ja auch um die Zukunft der Industrienation Deutschland. Frau Thut, es gibt interessante Umfragen der Europäischen Kommission über die Frage, was bedeutet den Menschen in Europa der Kampf gegen den Klimawandel? Und siehe da, das Ergebnis ist, das ist den Leuten unglaublich wichtig. Muss dann die Politik in Berlin nicht auch die Kraft haben und auch die Power haben zu sagen, das Ganze wird nicht zum Nulltarif zu haben sein? Ja, das heißt Führung. Klar, das ist so eine gewisse Schizophrenie, die wir da alle mit uns rumtragen. Wir finden das Thema unglaublich wichtig und auf die nächste Generation bezogen noch wichtiger. Egal, ob man Kinder hat oder nicht, es ist alles nachvollziehbar intellektuell. Aber wenn es dann ums eigene Verhalten geht und den eigenen Geldbeutel, dann ist nicht nur manchmal Autsch angesagt, sondern auch einfach der Blick auf andere und schnell die Frage, ist das jetzt gerecht? Warum muss der andere oder die andere nicht so viel bezahlen? Und deshalb muss man das erklären und deshalb muss die Regierung auch ein klares Prinzip schaffen. Also nicht schon den Kompromiss vorher mitdenken, wie das jetzt leider absehbar scheint, sondern erst mal sagen, wir haben was Großes vor, das kostet. Und deshalb müssen wir es möglichst schlau machen, dass es eben möglichst wenig dann doch innerhalb des Rahmens kostet und möglichst viel in Gang setzt. Weil wir wollen ja nachher besser rauskommen. Und das vermisse ich gerade in der Kompromisssucherei. Es ist vielleicht Schluss mit Pille-Palle, aber Start mit Sammelsurium. Und das wäre schlecht. Ja, das haben Sie jetzt zweimal erwähnt, diese Aussage von Kanzlerin Merkel, die, glaube ich, ja in der Fraktion getätigt wurde. Könnte es sein, dass dieser Spruch, Frau Merkel, morgen dann vor die Füße fallen wird, wenn das Paket nicht ausreichend genug ist, aus Sicht der Opposition beispielsweise? Naja, Sie werden morgen viel vorstellen. Es wird viel getan werden. Die Frage ist eben nur, ob sie tatsächlich diese Führungsstärke besitzt und auch sagt, wir wollen, wir müssen das Verhalten ändern, sonst schaffen wir die Klimaschutzziele nicht. Im Moment ist eher so Sammelsurium aus Abwrackprämien und sonstigen Hilfen, um Gebäude zu sanieren und sonst was. Und dabei geht dann aus dem Blick, dass man tatsächlich das Verhalten ändern wird und dass die Leute sich auch umstellen müssen. Frau Tutt, man sieht ja hinter Ihnen die Reichstagsgruppe. Für morgen sind jede Menge Demonstrationen auch in der Hauptstadt angekündigt. Inwieweit prägt das auch die Atmosphäre in, ich sage jetzt mal, Berlin-Mitte? Das ist sicher ein wesentlicher Punkt, warum diese Regierung, nachdem sie schon oft gesagt hat, wir machen Klimaschutz und ihre eigenen selbstgesetzten Ziele nicht geschafft hat, warum die Regierung jetzt tatsächlich sich bewegt. Also ein paar trockene Sommer, ein schwedischer Teenager, der was wachgezupft hat und jetzt diese flächendeckenden Demonstrationen, das nimmt schon Einfluss auf die Regierung. Das wird seine Wirkung nicht verfehlen. Sagt Cordula Tutt von der Wirtschaftswoche. Phoenix Nachgefragt war das. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und einen schönen Tag noch in die Hauptstadt. Ich bedanke mich.